Dr. Felte. Ja, hier ist der rheinische Golfclub. Dr. Felte. Dr. Felte. Ein wunderschönes Haus, Vereinshaus, kolonialischen Stil, ist das richtig? Kolonialstil, ja. Und das ist einer der besten Golfspieler hier in Europa. Was ist so, in welcher Richtung ist dann hier ein Loch? Ich habe das Handicap 1,2. 1,2, super. 18 Loch hier, wo die hier hinkommen. So, Dirk Spelzberg versucht seine ersten Schlagversuche hier heute. Er kommt gerade vom Open. Der ist noch nicht gespielt, der war nur ein Bruch. Aber das ist in echt. Der ist weg, der Ball. Oh, Wahnsinn, ne? Ob er wieder auf Finde nochmal. Du bist so gut. Was hast du gerade gesagt? Du bist so laut. Wir sind am Golfplatz. Ach ja, wir sind doch alleine, das ist doch keiner hier. Ja, klar, die Leute haben schon die Bruch. Beate ist hier, Platzanwärterin hier. Die passt hier auf, dass hier kein Blödsinn gemacht wird. Kommt da auf, die Etikette. Unsere Beate, ne? Ja, die Etikette. Aber Arsch halt, die Etikette. Ich bin euch ein Trank. Also, das war ein 5 Meter Schlag. Ich bin euch ein Trank. Das ist toll. Jetzt kommt hier André. Das ist der beste Mann hier am Golfplatz. Der ist jetzt 100% in die Hose. Das kann ja nicht hier sein. Der hat gerade einen Motorradunfall gehabt. Und ist schon wieder am Golfplatz. Unglaublich. Ja, ist unglaublich. Wir sind Mut, in Verzweiflung zu schlagen. Ja, ja. Mit gebrochener Schulter. Mit gebrochener Schulter darf man nicht vergessen. Boah, der geht aber schön in den Bunker rein, oder? Was liegen das die? Der ist mein Scheiß. Ne, 1,2 hat der gesagt. Unglaublich. Der war sehr gut. Ich bin eingeloggt. Spielst du nicht? Wo ist der hin? Wo? Ja, es ist meine Ehre, sie heute spielen, sehen zu dürfen. Ja, ich habe die Ehre. Beate. Ja, also mit drei Schlägen müsstest du das Loch erreicht haben, oder? Ja, vier. Vier? Naja, ich bin nicht so fest. Bitte? Ich bin locker leicht. Locker leicht, ne? Ja. Spaß an der Freude, nicht? Ja, ja. Aber zwölf und dabei ist das schon sehr gut, ne? Ja, ich auch. Ne, du bist ja schön am Grün. Ja, ist schon Wahnsinn. Tolle Anlage. 18 Loch, Golfplatz. Super Wetter auch noch dabei. Toll. Einfach geil. Ne, Theo? Ja. Das ist super hier, ne? Ja. Schön, kühl. Ja. Ich habe den Schatten durchgegeben. Wir gehen jetzt auf Loch 9, mein letztes Loch. Dann gehen wir auf die Terrasse, trinken wir schön was. Ja. Ne? Ich muss jetzt ein bisschen leiser sprechen, weil er vorne liegt bei der Amt-Etikette. Etikette, Fahrrakette. Ja? Ja. Theo gegen den Rest der Welt, ne? Heißt das doch, ne? Ja. So, letztes Loch. Jetzt kommt noch ein Loch, dann wird aufgehört. Man kann auch so 18 Loch spielen, aber auch bei 9 Loch aufhören. Ja, und wir haben vorne zerfleddert. Was haben die? Vorn und zerfleddert. Ja? So, gehen wir gleich wieder auf das Vereinsaus los. Geh' ich mal näher dran. Was hast du denn gemacht? Ich hab doch... Die allgemein auf der Sack war. Das ist Loch 9. Ah, den hätte ich schon gern. Good. Ah, sehr gut. Vielen Dank für's Zuschauen.